Hallo und herzlich willkommen zurück und zwar in den Nebelbergen. Ja, hier bei Die Siedler, das Erbe der Könige, da geht's jetzt weiter. Ein steiniger Pfad steht den Helden in den Nebelbergen bevor, doch offenbart sich ihnen nach den anfänglichen Hindernissen eine überraschend siedlungsfreudige und freundliche Region. Da können wir ja mal gespannt sein, auf was wir in den Nebelbergen treffen und vor allem wie sich Kerberos, unser neues Mitglied in unserer Bande, in unserer Gruppe, schlagen wird und vor allem was der für Fähigkeiten mitbringt. Nun hatten unsere Helden und Kerberos mit ihnen die Nebelberge erreicht. Bis zu den oberen Nebelbergen, wo sich nach Kerberos Aussagen das Relikt befand, war es jedoch noch ein weiter Weg. Der obere Pass war durch einen Fluss von dem unteren getrennt und unglücklicherweise waren einige Teile der Wettermaschine zu Schaden gekommen. Doch bis zum Fluss lag auf dem Weg der Helden noch so manch anderes Hindernis. So, ja, hier sehen wir unsere Helden. Alle außer Salim. Der ist wohl noch zurückgeblieben. Und hier hinten ist Leonardo und im Weg haben wir hier einen großen Fels. Schauen wir mal kurz hier, was wir hier noch so sehen. Und Pilgrim darf jetzt hier schon mal eine Sprengung vornehmen. Ich würde euch ja mit Ersatzteilen für die Wettermaschine aushelfen. Allerdings habe ich euch in letzter Zeit oft geholfen. Es ist an der Zeit, dass ihr euer Können als zukünftiger König unter Beweis stellt. Was ist denn mit dem los hier mit Leonardo, Mensch? Ich stelle euch ein Schloss und ein paar Leibeigene zur Verfügung. Ein reicher Mann, dieser Leonardo. Ich erwarte, dass ihr mir eure Fähigkeiten beweist und daraus ein florierendes Reich errichtet. Wird gemacht, Leonardo, wird gemacht. Wenn ihr euch bewiesen habt, werde ich mich wieder bei euch melden. Alles klar. Seid vorsichtig. Hinter den Ausgängen Richtung Osten befindet sich ein Außenposten Mordreds. Bevor ihr sie öffnet, solltet ihr euch eurer Verteidigung widmen. Die Anzahl eurer zivilen Arbeiter muss zu einer hohen Zahl heranwachsen. Oder entdeckt ein zweites Dorfzentrum und besetzt es. Okay, alles klar. Dann werden wir doch erstmal die Gegend etwas erkunden. Jawohl. Wie ihr wünscht. So, und unsere Leibeigenen sind hier. Und wir brauchen erstmal Pilgrim hier nochmal. Jawohl. Hier sind einige Steine im Weg. Äh, wir brauchen nämlich erstmal noch ein Dorfzentrum, oder? Wir haben noch gar keins. Oh, schaut mal. Hier hinten sind irgendwelche Banditen, aber... Da gibt's noch keine Probleme. Okay. Pilgrim, öffne den Weg. Das gibt ein feines Feuerwerk. Aber gern. Ja, ist gut. So, Kerberos. Einmal weiterentdecken. Erik. Ja, natürlich. Natürlich. Einmal dahin. Ari. Richtung Norden. Dario, komm mal da weg, bitte. Ja. So, und wusste ich's doch, hier gibt's, äh, ein Dorfzentrum. Und du darfst hier direkt mal ne Mine bauen. Ja, gut. Pilgrim. Es gibt ne Menge zu tun für uns. Hier zum Beispiel kannst du wieder etwas freisprengen. Also Pilgrim ist in dieser Mission wohl einer der wichtigsten Helden. Das kann ich. Ja, ist gut. Kerberos. Kerberos, schauen wir uns den doch mal genauer an, was der für Fähigkeiten hat. Einmal den Höllenschrei. Kerberos stößt einen Schrei aus und alle seine Feinde flüchten. Also ein bisschen ähnlich wie bei Dario, nur dass es kein Höllenschrei ist. Und die Aura der Furcht. Kerberos senkt die Widerstandskraft aller Feinde in seiner Umgebung. Das ist natürlich auch sehr mächtig. Ich kümmere mich darum. Er hat auch ne sehr coole Stimme, muss man sagen. Keine Angst, ich versteh was davon. Betrachtet die Sache als erledigt. Betrachtet die Sache als erledigt. So, hier muss dann wieder gesprengt werden. Wir brauchen natürlich eine Hochschule. Und die bauen wir einfach mal hier hinten. Wird erledigt. So, Pilgrim, das dauert wieder ein bisschen. Mensch, hier gibt es aber richtig viel Stein, wie ich sehe. Beleidigung. Das ist ja nicht mal so schlecht. Heilig. Wie ihr wünscht. Können wir hier durch? So soll es sein. Scheinbar nicht so direkt. Jawohl. Hier müssen wir das Holz wegschlagen. Hier hinten gibt es dann noch Lehm anscheinend. Und hier sind eben die Engpässe zum Mordritztruppen. Da wollen wir nicht hin. Wenigstens nicht zunächst. Ich glaube, dann haben wir schon mal hier viele wichtige Sachen erkundet. Ich gebe mein Bestes. Perfekt, hier wurde schon mal gebaut. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Apropos. Und mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ein Gelehrter nimmt seine Studie. Ach, uns fehlt jetzt Holz. Na gut. Na dann einmal Holz hacken, Freunde. Und zwar direkt hier oben. Kein Problem. Und ihr beide, ihr dürft einmal hier hin. Natürlich. So. Und wir sprengen mit Pilgrim gleich mal den Weg frei. Gut. Und erkunden hier alles. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Das ist mir schon bekannt, dass die Wohnhäuser wieder einmal belegt sind. Helias. Pilgrim. Anscheinend haben wir auch keinen Lehmschacht zur Verfügung, sondern nur hier ein bisschen Leben. Das heißt, wir müssen mit wenig Ressourcen... Ah doch, hier gibt es noch was. Sehr gut. Da ist doch der Lehmschacht. Ohne Lehmschacht wäre es echt schwer geworden, muss ich sagen. Und hier ist die Hütte des Erfinders von Leonardo ausgezeichnet. Ach, hier ist noch ein Lehmschacht. Perfekt. Dann passt doch alles wunderbar. Wir werden jetzt erstmal die Konstruktion noch erforschen. Und warten auf Pilgrim. Der darf hier den ersten Lehmschacht freisprengen. Hier sind Berge, die ganzen Nebelberge. In Ordnung. Nicht mehr allzu viel Interessantes. Oh, und hier ist ein Bergmann. Und da dürfen wir auf jeden Fall mit ein paar Räubern dann zu tun haben, aber müssen wir ja jetzt noch nicht. So, oh Gott, uns fehlen jetzt natürlich ordentlich die Ressourcen. Wir werden auch mal noch einiges an Lehm hier schlagen müssen und brauchen viel mehr Leibeigene. Und deswegen brauchen wir auch mehr Geld. Deswegen ist jetzt gleich Zahltag. Wir verdienen leider noch nicht viel Geld. Das ist das Problem. Zahltag. Denn wir haben noch nicht so viele, ja, Bewohner und Arbeiter in unserem kleinen Dörfchen, was wir hier aufbauen wollen. Aber dann nutzen wir die Zeit und sprengen hier erstmal alles frei. Jawohl, 12.000 Lehm hier im Lehmschacht. Sehr gut. Und dann darfst du einmal hier hingehen. Hier ist sogar noch ein bisschen Schwefel. Den müssen wir weiße einsetzen. So, unsere Mission ist, die Anzahl der zivilen Arbeiter muss größer als 1.100 werden. Entdeckt ein zweites Dorfzentrum und besetzt es. Leibeigene und Soldaten zählen nicht zu der Anzahl der zivilen Arbeiter dazu. Das heißt, wir müssen dann sehr wenige Leibeigene haben. Ich meine, wir können ja am Anfang mehr haben und dann tun wir die Leibeigene wieder Stück für Stück... Ich bin der König. Ich bin der König. Nein, wirklich. Äh, ja, dann werden wir einfach Stück für Stück die Leibeigene wieder, ja, entlassen. Und dann müssen sie sich halt einen neuen Job suchen. Da kann ich leider nichts dran ändern. So, uns fehlt noch ein bisschen Leben leider für die Mine hier. Deswegen sparen wir mal kurz auf diese Mine. Die ist sehr wichtig. Können wir denn schon was anderes... Ach, hier wird noch erforscht. Okay, 95%. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. So, wir brauchen neue Leibeigene. Wir werden am Anfang sehr viel Leben brauchen. Ihr benötigt mehr Leben. Ja, das ist mir bekannt. Schlagt schneller, meine Leibeigenen. Das glitzernde Leben. Holt es euch. Elf Leben brauchen wir noch. Konstruktion ist erforscht. Ah, jetzt fehlt uns das Geld für die weitere Forschung. Das heißt, wir müssen hier nochmal den restlichen Zahltag abwarten. Das dauert jetzt hier, glaube ich, ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Aber wir schaffen das hier. Das ist jetzt mal eine eher friedlichere Mission, wenn wir jetzt nicht Richtung Osten vorstoßen wollen. Und ich sehe jetzt noch keinen Grund, wieso wir hier das Ganze aufsprengen sollten und Angriffe befürchten müssten, wenn wir auch in aller Ruhe hier unsere Wirtschaft aufbauen können. Ich finde, die Stimme von Kerberos ist wirklich sehr gut gemacht. Das sieht schon cool aus. Der böse Wicht. So, Pilgrim, deine nächste Aufgabe. Ein weiterer Lebensstacht, der frei gemacht werden muss. Sehr schön. So, hier gehen wir noch nicht als erstes hin vielleicht. Ja, dann können wir dich als nächstes hier brauchen. Da gibt es einige Felsen, die weggesprengt werden müssen. So, hier ist gleich die Lehmgruppe gebaut. Aber wir brauchen noch viel mehr Lehm. Das sind wir leider ein bisschen knapp dran. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauernhöfe sind belinkt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja, das ist mir leider bekannt. Kein Problem. Darum werden wir uns kümmern. Ja, mein Herr. Wir sammeln uns mal alle schon mal hier, falls wir dann bald angreifen möchten. Elias, dich brauchen wir auch. Einmal nach Westen, bitte. Kerberos, du auch. Dario, du natürlich auch. Pilgrim. Oh, wir haben eine Schatztruhe irgendwo gefunden. Das war mir gar nicht bewusst, dass hier irgendwo eine rumlag. Na gut. Mal schauen, was wir hier finden, wenn wir hier Sprengungen durchführen. Gleich macht das Roms. Ja, eine Schatztruhe. Okay, aber die... Ach, war das die Schatztruhe? Interessant. Seltsam. 110 Taler ist jetzt nicht so die Menge. Aber das beschleunigt das Ganze ein bisschen. Ja, Leibeigene sind immer gut. Zahltag. Ja. So. Wir brauchen nämlich jetzt so früh, es geht schon, die Konstruktionen, die wichtigen. Deswegen bauen wir mal eine Ziegelhütte. Die bauen wir vielleicht auch direkt hier hin. Ist jetzt nicht der beste Ort. Eine neue Technologie. Sehr gut. Nun fehlt uns leider wieder das Geld. Und der Schwefel. So sei es. Was finden wir unter diesem Stein hier? Achtung. Gleich macht es Roms. Gar nichts. Schade. Betrachten die Sache als erledigt. Das ist doch enttäuschend. Ich glaube... Ich glaube nicht, dass man das hier wegsprengen kann. Das heißt, wir müssten mit Pilgrim hier... ...erst einmal alles gesäubert haben, was möglich ist. Ich hoffe mal, dass man das auch nicht wegsprengen kann. Aber ich glaube, das würde dann anders aussehen. Gut. Wenn ihr meint... Dann einmal zu den Helden. Fertig. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. So, die Sägemühle muss dann wahrscheinlich etwas südlicher hin. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja, das ist mir ja alles bekannt. Immer mit der Ruhe, Freunde. So, aber damit es jetzt nicht langweilig wird, werden wir hier gleich auch die Sprengung, sobald Pilgrim wieder kann, durchnehmen. Vorher reden wir natürlich. Und natürlich redet Dario als unser König mit diesem Bergmann. Hinter diesem blockierten Durchgang gibt es reiche Holzvorräte und mehr. Ja. Ich glaube, mit dem Meer meinte er ein Meer an Banditen. Aber das sollte für unsere Helden kein Problem sein. Deswegen Sprengung durchführen. Ob die uns direkt angreifen wollen? Äh, vielleicht kümmern wir uns vorher hier nochmal um ein paar Sachen. Wir wollen hier Forschung machen. Hier ist auch ein Bergmann. Ach, der ist da hingelaufen wahrscheinlich. So, wir brauchen noch ein paar Leibeigen, ne? Wenn's denn sein muss. Ich hab getan, was ihr wollt. Oh, werden wir schon angegriffen jetzt, tatsächlich. Eurek, Aura der Stärke. Zack, Eurek. Hohoho. Und Kerberos. Aura der Furcht. Wundachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nichtes Wissen. Sehr gut. Das machen unsere Helden hier ganz alleine. Nur Darius ist etwas verwundet. Ari ist fleißig am Schießen. Das heißt, die ersten Feinde haben wir hier besiegt. Und können weiter vorrücken. Spürt mein Schwert. Jetzt kommt's hier im Wald zum Kampfe. Es macht in dem Fall keinen Sinn, diese anderen Banditen zu bekehren. Pilgrim, die Kanone bitte. Zack. Oh, Eurek ist ein bisschen verwundet. Kerberos konnte jetzt mal seinen Schrei anwenden. Der Höllenschrei. Lauft, nur lauft, so schnell ihr könnt. Ich kümmere mich darum. Wir kümmern uns erstmal um die, die hier fliehen wollen und töten die. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. So, macht sie fertig, Freunde. Macht sie fertig. In der Zwischenzeit wurde hier schon einiges gebaut. Sehr gut. Wir wollen nämlich einen Bauernhof bauen und ein Haus. In der Zeit wird hier weiter gekämpft. Sehr gut. Dann macht mal dieses Lager hier fertig. In der Zwischenzeit brauchen wir weitere Helfer. Ah, wir müssen nämlich noch eine Miene hier errichten. Ihr beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen. Ja, ja. Aber gern. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ja, ja, das ist mir bewusst. Darum werden wir uns dann als nächstes bald mal kümmern. Eure Siedler versorgen zu können. Das werden sie bereuen. Wir werden erstmal noch dieses Zelt vernichten. Oh, da sind noch ein paar Feinde. Eure Siedler hat eine eurer Helden angegriffen. Ach ja, Helios hat ja auch noch die Fähigkeit, dass er uns segnen kann. Dann können wir mehr Schläge einstecken. In Fahrt mit euch! Ja, diesen einen Banditentrupp, den machen wir hier ohne Probleme fertig. Hier ist sogar ein Händler. Oh, sehr gut. Nieder mit ihnen! So, dann vernichten wir hier mal alles. Stück für Stück. Wehrpflicht wurde erforscht. So, hier steht eigentlich, bräuchten wir viel Technologien aus der Hochschule. Hm. Das Gemeindezentrum müssen wir auch bald ausbauen. Aber uns fehlt es gerade an allem, gefühlt. So, deswegen wird hier nochmal Leben gehackt. Und wir gehen mal hier hin und reden mit dem Händler. In Ordnung. Seid gegrüßt zu meiner kleinen Hählerbude. Hier bekommt ihr was andere nicht haben. Eisen, Schwefel, alles in bester Qualität. Schaut mal in euer Handelsmenü. Meine Angebote sind unschlagbar. Alles klar, vielen Dank. Fehler, Händler. Wir werden hier vielleicht das Gebiet gleich nochmal genauer erkunden. Aber wir haben hier hier unten noch weitere Feinde gesehen, um die wir uns kümmern wollen. Ihr sollt Lehm hacken, habe ich euch gesagt, Freunde. Und hier soll eine Mine errichtet werden. Den Stein werden wir auch noch brauchen. Für die vielen Upgrades. So, Freunde. Jawohl. Auf geht's. Hier werden sicherlich noch ein paar Feinde auf uns warten. Ich schicke mal Eric als Ersten voraus hier. Natürlich. Hier ist echt viel Wald, viel Holz. Oh, wartet mal. Seine Spezialfähigkeiten sind noch nicht so fertig. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wird sicherlich gleich der Fall sein. Für die Ehre. Ein Held ist in großer Gefahr. So, einmal den gesamten Trupp fast ausgelöscht. Es wird zu wenig Betten in eurem Reich. So, einmal diese die Aura der Furcht, um die Feinde zu schwächen. Helias Segen, dass wir mehr einstecken können. Pilgrims Kanone. Damit haben wir die Feinde eigentlich auch schon erledigt. Gut. Wie ihr wollt. Dario darf hier nochmal erkunden. Ah, hier ist ein feindlicher Turm, den wir dann besiegen müssen. Hier wird einer der letzten Hauptmänner vernichtet, von Kerberos niedergestreckt, mit Pilgrim und Eric zusammen. Wer hätte gedacht, dass wir mal Seite an Seite mit Kerberos kämpfen werden. Das werden sie bereuen. Ich jedenfalls nicht. So, wir haben sehr viel Holz. Ah, uns fehlt Geld. Ich würde nämlich direkt hier die Festung einmal verbessern wollen. Ja, ist gut. Dann erkunden wir doch hier mal ein bisschen noch. Ob wir hier noch was finden? Ja. Ah, scheint hier leider nicht nicht mehr allzu viel Interessantes zu geben. Ich hätte vielleicht noch die Hoffnung, dass es hier noch Schatztruhen gibt. Hier scheint nichts mehr zu sein. Ich gebe mein Bestes. Ich kümmere mich darum. Schön, dass ihr euch darum kümmert. Und ihr dürft noch mal auf Lehm gehen. Wir brauchen am Anfang viel mehr Lehm. Und ihr dürft vielleicht direkt einen Bauernhof bekommen. Oh, wir haben doch eine Schatztruhe irgendwo gefunden. Ja. So, und jetzt werden wir direkt mal eine Festung hier bauen. Wo haben wir denn die Schatztruhe gefunden? Ach, hier hinten. Da haben wir die Taler noch gefunden. Alles klar. Sehr schön. Das gefällt mir. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt bald hier noch einen Marktplatz. Das ist ganz wichtig. Deswegen brauchen wir auch viel mehr Lehm. Das muss jetzt alles etwas schneller gehen. Wir haben viel zu viel Holz. Wo hackt ihr denn alle Holz? Ich habe doch kaum jemanden... Hier sind noch ein paar auf Holz, aber... Ähm, wundert mich ein bisschen, muss ich sagen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Gute Arbeit. Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja, das ist mir ja bekannt. Müssen wir wohl doch das Schwefel, das es hier gibt, abbauen? Ich dachte, wir müssen das vielleicht sparen. Ach, wir können hier sogar 1500 Schwefel kaufen für den Notfall. Naja, dann bauen wir doch mal einiges an Schwefel ab. Dass wir hier die nächste Forschung machen können. So, ihr beiden, kommt mal hier hin. Dorfzentrum wird auch schon mal verbessert. Wir brauchen jetzt nämlich bald den Platz. Wir sind hier schon bald voll. Ja, und hier im Wald, außer dass es Holz gibt, scheint es nichts mehr Interessantes zu geben. Leider, muss man sagen. Leider. Na gut, Dario, dann darfst du auch mal wieder zu den Helden zurück. Jawohl, jetzt haben wir eine schöne Festung. Ah, und schaut an. Durch den Ausbau brauchen wir gar nicht die Alchemie unbedingt. Sondern können direkt hier weitermachen. Sehr gut. Dann baue ich hier doch noch eine Mine. Dass wir noch mehr Leben bekommen. Und zwar schneller auch noch. Wir haben echt zu viel Holz. Vielleicht können wir das umtauschen. So, hier brauchen wir dann das Handelswesen. Für den nächsten Ausbau. Und dann können wir nämlich direkt auch die hochwertigen Schuhe erforschen. Das ist eine wichtige Verbesserung. Ein wichtiges Upgrade. Deswegen sollten wir dann da ein bisschen noch drauf sparen. Oder brauchen wir aber viel mehr Steine. Vielleicht sollten wir dann da auch schon noch ein bisschen Steine abbauen. Kein Problem. Obwohl ich ja auch gerne erst einen Steinmetz hätte, bevor ich jetzt hier den Stein abbaue. Um all eure Siedler versorgen zu können. Ja, ich weiß. Dafür fehlt uns gerade etwas Lehm. Es ist leider gerade keine leichte Zeit für uns. So, wo bauen wir denn das Lager? Das können wir irgendwo hier errichten. Dann baue ich einfach hier noch eine Ziegelhütte. So, wunderbar. Und mir war gar nicht bewusst, dass die Ziegelhütte Stein kostet. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall richtig viel Stein. Und wir haben eigentlich schon zwei Minen. Vielleicht sollten wir da mal jetzt dann die Bauernhöfe und Häuser bauen. Ich glaube, das ist wirklich sinnvoll. Ich habe getan, was ihr wolltet. Es gibt zu wenig Werte. So, ja, ja, wir kümmern uns ja schon drum. Meine Güte. Alle Bauernhöfe produzieren nicht genug. Alle sind sie unzufrieden hier mit unserer Arbeit. Ja, und uns fehlt wieder der Lehm. Für das Häuschen hier, das wir bauen möchten. Wir brauchen unbedingt bald einen Händler. Dass wir uns die Güter erhandeln können. Kann ich dann jetzt gehen? Nee, du kannst nicht gehen. Du wirst hier rüber gehen und noch ein bisschen Lehm packen. Wir haben nämlich bald kein Lehm mehr. Das ist schlecht. Wir brauchen nämlich viel mehr Lehm. So ist gut. So langsam wächst unser Dorf. Wir bauen unsere Infrastruktur weiter auf. Hier brauchen wir auch noch Bauernhof und Haus. Genauso wie hier beim Studium. Das dauert sonst ewig. Die Besiedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Das ist mir bekannt, Freunde. Wir brauchen auch noch mehr Häuser. Das weiß ich alles. So. Ich würde trotzdem mal gerne wissen, ob zum Beispiel hier unten... Fertig, Meister. Hier. Wenn ihr meint... So. Ob das jetzt was ist zum Wechspringen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Nee, ich kann leider gerade keinen anderen belästigen. Das tut mir leid. Geht nicht. Steuern und Sold werden gezahlt. Fertig. So, dann können wir bald ein Lager bauen. Wenn's denn sein muss. Da fehlt uns jetzt nur noch Stein. 100 Stein ungefähr. Dann können wir hier ein Lager bauen. Ja, es gibt eigentlich so viel zu tun. So, wir müssen bald wieder viele Leibeigen entlassen, die uns Geld gekostet haben. Aber das ist dann halt mal so. So, hier noch ein bisschen auf Lehm gehen. Ein paar können auch auf Stein noch gehen. Nichts lieber als das. Wobei ich fast noch am überlegen bin, ob's nicht sinnvoller ist, vorher noch das Zahnrad zu erforschen, dass wir dann die Steinmetzhütten bauen können. Dann haben wir noch schneller mehr Stein. Wir haben alles abgebaut. Ich glaube, das lohnt sich langfristig länger. Gut, ihr habt alles abgebaut. Oh, hier ist ja noch eine Steinmine. Die haben wir auch völlig übersehen. Dann gibt's jetzt sogar drei Steinminen, auf die wir Zugriff haben. Sehr cool. Perfekt, dann haben wir bald noch mehr Steine. So, und wir haben auch ein bisschen Lehm. Das heißt, wir können weitere Häuser und Bauernhöfe bauen. Hier hinten wollten wir ja das noch machen, dass die Lehmproduktion noch schneller wird. Ja, ist gut. Ja. Sicher? Aber gern. Und ihr hört mal auf, den Schwefel abzubauen, weil wir brauchen vielleicht vorher noch eine Alchemiestube, die den Schwefel dann auch verarbeiten. Viel zu tun, Freunde, wenig Zeit. Nein, eigentlich so viel Zeit, wie wir haben möchten. Das ist das Schöne. Das ist jetzt einfach mal eine wirtschaftliche Mission. Das Schöne ist, bei den Siedlern das Erbe der Könige, vor allem in dieser Mission, zeigt sich sehr gut, dass man die Wahl hat. Entweder wir machen den militärischen Weg und werden hier die restliche Karte aufdecken und ganz viel kämpfen müssen. Und das wird richtig hart und stressig. Oder wir machen den wirtschaftlichen Weg, den wir jetzt hier gerade machen und setzen auf eine starke wirtschaftliche Siedlung und den Fortschritt. Fertig, Meister. Das ist schön, dass man da die Wahl hat. Jaaah. So. Bald ist hier kein Platz mehr, glaube ich. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier auch mal einen Bauernhof. Jaaah. Für die Hochschule. Und ein Häuschen. Wir müssen vor allem schauen, dass wir jetzt auch platzsparend bauen. Wir haben nicht extrem viel Platz. Das muss man auch bedenken. Und wir haben auch wieder, äh, hier, wir können das Lager schon bauen. Sehr gut. So, jetzt müssen auf jeden Fall, es muss genügend Platz sein. Hier muss jeder durchlaufen können durchs Lager. Deswegen habe ich da mal kurz geschaut. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Perfekt, dann können wir direkt Steinmetzhütten bauen, wenn wir genügend Lehm hätten. Das ist aber bald der Fall. Wenigstens für eine Steinmetzhütte. Die kann dann hier schon mal hin. Jaaa. Wird gebaut. Natürlich. So. Große Bauprogramme haben wir jetzt hier. Ah, uns fehlt wieder ein bisschen Lehm. Wir müssen ja natürlich hier Upgrade machen. Zur Hochschule. Er ist. Ihr benötigt mehr Lehm. Jetzt haben wir das Lehm. So, und das Lager ist auch gebaut. Hier fehlt wieder Lehm und ein bisschen Stein. Das ist ja kein Problem langfristig. Das ist Zeitstag. Fertig. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Erstmal einen Marktplatz. Dann können wir uns einige Ressourcen auch noch erkaufen. Zum Beispiel mit dem Geld, was wir gerade so überschwänglich zur Verfügung haben. Ihr seht, wir machen plus 530, da wir so viele Siedler haben. Es wird sicherlich auch einige Zuschauer von euch geben, die lieber hier diesen Weg gewählt hätten. Aber ich persönlich mag auch den wirtschaftlichen Weg sehr gerne und finde den auch recht interessant. Weil ich finde, in fast jeder anderen Mission müssen wir kämpfen. Da ist es mal schön, dass man auch bei einer schweren Mission mal wirtschaftliche Schwierigkeiten hat. Und da, ja, sein Ziel erreichen muss. Ausbau abgeschlossen. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. So, Flaschenzug wäre recht wichtig. Da fehlt uns nur noch ein bisschen Stein. Ach, wir können hier nicht alles uns erkaufen. Das ist ja mies. Kein Schwefel und kein Eisen. Das geht nur durch diesen speziellen Händler. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch Obdachlose. Dann kaufe ich mir mal ein bisschen Stein. Es gibt nicht genug zu essen. Das heißt, wir müssen mit unserem Eisen und Schwefel sehr vorsichtig umgehen. Und wir brauchen jetzt bald hier auch das Upgrade, denn wir haben nur noch fünf Platz. Fünf Bewohner Platz, aber dafür fehlt uns Stein. Aber der Stein wird hier recht schnell abgebaut, glaube ich. So, und es wird Zeit, dass überall genügend Wohnplätze sind. Deswegen wird hier gebaut, bitte. Aber hier noch ein Bauernhof. Und ein Haus, bitte. So, und hier fehlt uns nur noch der Stein. 100 Steine noch ungefähr. Das ist, glaube ich, auch der letzte Stein, den wir von den Leibeigenen abhauen lassen können. Das heißt, da können wir dann auch bald einige Leibeigene entfernen. Oder sie eben noch Holz schlagen lassen. Weil ansonsten gibt es außer Holz nur noch das bisschen Eisen hier. Und das bisschen Schwefel. Und sonst nur Holz. Aber gern. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Baut mehr Bauernhof, um all eure Siedler versorgen zu können. Abgemacht. Ah, und jetzt haben wir auch noch ein bisschen Stein bekommen. Ich schicke auch schon mal hier die Leute Holz hacken. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wenn's denn sein muss. Ja, es muss sein. Tatsächlich fehlt uns mittlerweile Holz. Das ist auch neu. So, wir brauchen doch aber den Schwefel. Deswegen holen wir uns noch das bisschen, was wir brauchen, dass wir die Alchemistenhütte bauen können. Uns fehlt nur noch sieben Schwefel. Den holen wir uns einmal schnell. Das dauert ja nicht lange. Dann dürft ihr wieder in euer Leben. Beziehungsweise dürft ihr direkt ans Holz ran. Dann haben wir den Alpen übers Ohr gehauen. Und der Dachchef. Dachchef. Finde ich herrlich. Diese fränkischen, leibeigenen, die sind schon wirklich besonders. So. Uns fehlt wahrscheinlich noch ein weiteres Haus hier. Die Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Bauen wir das doch vielleicht hier noch hin. Ja, ist gut. Hier wird geforscht. Ah, hier können wir das verbessern, das Ganze. Sägewerk verbessern. Alles weg. Oder müssen die alle zur Bur... Ach ne, die gehen jetzt hier nur in den Bauernhof. Das dachte ich schon. Ach, hier brauchen wir die Legierungen. Verstehe. So, das wichtige Upgrade hier, würde ich jetzt mal sagen, zum Abschluss dieser Folge. Wir sind am Ende erstmal angelangt. Wir haben schon die ersten Grundsteine gelegt für eine florierende Wirtschaft. In der nächsten Folge kommen wir dann hoffentlich noch besser voran. Wir haben keinen Platz zum Nächtigen. So, hier noch die letzten... Die letzten Leibeigenen wieder an die Arbeit schicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mal jetzt eine wirtschaftliche Folge zu sehen. Wie auch beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Euer Gaius Julius Cäsar. Ja, Heureka. Ja, Heureka.